So, willkommen zurück, eine neue Folge Battlefield 3 und zwar mit den Gewinnern meines Gewinnspiels zu den 1000 Abonnenten, mit Jacks1, 3, 2, ah, Entschuldigung, 3, 1, 2, Entschuldigung, Spitted, Richard und Sockeree. Servus, Leute. Hallo. Entschuldigung, das war jetzt gerade ein Zungenfail von mir. Ah, passt schon. Egal, also wir spielen jetzt mal hier eine gemütliche Runde Rush auf meinem Server. Und ja, wenn ihr irgendwas fragen wollt, macht das einfach. Also ich beantworte gerne eure Fragen. Oder vielleicht auch ein bisschen irgendwas fragen. Also nicht zu schüchtern sein. Gut, also die Angreifer haben natürlich schon wieder alles gelegt. Die haben schon fertig und, ah, ist auch schon gelöst. Die haben schon viel zu spät auf dem Server gejoint sind. Hab da ein. Und ich bin ja wieder am. Diffuse mal. Ah. So wie verdrehen, weil ich retzeln will. Alter, ah. Define Hans. Wenig. Wir sind die wenig gesponsert. Ja, ganz normal. Die sind auf Auto gestellt. Okay. Mit Defibrillator in der Hand ist es ein bisschen schwer zu schießen. So. Ich bin sehr froh, dass du wenigstens mit drei das Kit einfach legen kannst. Komm, wenn die zwei ist, ist es richtig beschissen. So, da ist auch schon wieder einer down. Okay. Ach, Juhu. Kalito hat mich da gemacht. Na, da kommt auch noch vor. Egal, jetzt sind hoffentlich alle da und jetzt können wir uns auf der Zweitstation konzentrieren. Da man hat ja jetzt auch einen neuen Punkt dazu bekommen. Das, glaube ich, habe ich noch gar nicht gespielt. Ach, ich habe in letzter Zeit so wenig Battlefield gespielt. Bin ja ganz aus der Übung. So. Jetzt warten wir mal, bis die kommen. Und wo bleibt der hier? Die Themen sind ausgeglichen. So. Das ist so. Ja, gut, habt ihr irgendwelche Fragen an mich? Sind wir mal so gefragt, weil... Wäre jetzt der richtige Moment, um ein bisschen zu fragen. Irgendwas, was euch vielleicht schon mal interessiert hat, oder... Was ihr schon mal wissen wolltet. Hm. Wenn jetzt habt ihr die Möglichkeit dazu. Wollte ich jetzt keinen an, ne? Bock, Bock sind Sie da? Ja, danke. Ich habe ihn schon bemerkt. Da oben springt. Da oben kommen. Ah, naja. Der wegreicht sich da. Ja, das ist gleich da. Da haben wir auch noch getroffen. Na, okay, das ist sehr gut. Na, da kommen, haben wir über die Mitte. Ja, ich habe eine Fazer-Faust-Bond-Down. Oh, du gehst hier im Heli richtig ab. Ja. Das ist gut, wenn man von Heli-Piloten dabei hat. Das ist immer gut. Mit Level 100, was kann man sagen? Ja, bin ich noch nicht ganz, aber ich spiele auch nicht so viel. Ich bin irgendwas... Ah, 6, 6, 8. Ne, ne, ne. Und davon, ich bin noch gar nicht in den 90ern. Okay. Ich bin noch nicht so alt. Da kommen... Scheiße. Kalito. Ah, ich habe dich gerecht. Ah, Terotos, komm auf. Das war ja nicht hier. Mal retzen hier. Das ist der Vorteil von Melk, dass ich einfach selber wieder überleben kann. So. Die haben Weg lebt. Und so weit es aussieht, werden wir es nicht mehr schaffen können. Ich komme schon zurück. Und A auch. Uh. Das sind zu viele Tickets für so wenig Leute. Ja, ich hoffe eigentlich, dass noch welche kommen. Aber... Setz mich aufgenommen, weil da gleich so voll. So, bleib ein bisschen zurück. Das haben sie wieder gelegt. Ne, ich habe gerade... Die haben beide gelegt gehabt. Hab ihn. Ah, fuck, das ist noch keiner. Ein bisschen decken. Ja, da oben. Komm. Fused. Scheiße. Ah, die sind da am Haus. Ja. Das kann auch noch mit der Panzerfaust. Ja. Ah, der Rock ist ein 10er-Küste. So. Schau mal bei euch. Ähm. Lebt bei den Flaggen vorne. Ja, bei den Flaggen, sage ich schon. Bei den Bomben legt wieder einer. Oh ja. Stimmt. Und den schaffst du. Fuck. Ich bin da auch. Ach, komm. Ach, komm wieder beim Legen. Du musst das so doof in meinen Tast jetzt. Die schimmeln dann aus. Achtung, es ist einer bei der Bombe. Und zwei bei der Bombe. Oh, unser ganzes Team ist weg. Wir haben so gefehlt. Oh, schnell zu A. Da müssen wir wenigstens A halten. Nicht gehen müssen auf Unterstützung. Oh, jetzt haben sie A. Oh, da steht. Ein Auto. Wir werden draufschießen. Scheiße, die haben mich rausgeschossen. Gib ihnen nicht den Heli. Schieß auf den Heli. Alter. Alter, was ist es gewesen? Ich treffe mir da gar nicht heute. Oh, wurscht. Das war Flage Nummer zwei. Äh, ich hab schon wieder Flage, ey. Das war Bombe Nummer zwei. So. Na gut, und von euch kommen überhaupt keine Fragen. Moment nicht. Moment nicht, okay. Ja, spielen nur einen Flagen gleich. Das ist ein Heli gerade. Ich kann nicht fliegen. Blockieren einfach. Dann hab ich ne Frage. Und zwar, wie seid ihr damals auf meinen Channel gekommen? Oder wie habt ihr ihn abonniert? Würde mich jetzt mal interessieren. Hm, ich hab dich öfters mal beim Suicide Buddy Squad getroffen. Mhm. Ich, äh, wie war das? Bin voll, äh, ich weiß, äh, mit deinem Sniper Tutorial da. Ah, mit dem, ja. Über 1000 oder so hieß das? Ja, Long Rage Kill hieß das. Das war ein Video, das kann ich in der Stelle mal verlinken, der einfach nur erklärt hat, wie man einfach, äh, Sniper Kills über 1000 Meter macht. Auf der Map Firestore. So, da haben wir ein Heli, da können wir mal das. Ich weiß nicht, ob das ist auf dem Wärtsberg, oder? Ihr müsst noch, entschuldigt, ich bin noch ein bisschen erkältet. Und wusste ich ein bisschen, aber... Na, dann haben wir einen. Okay, da sind Heli-Transformen. Das sind zwei Helis. Alter! Der hat mir doch noch erschossen. Der wollte mich jetzt, äh, Roadkill mit dem Heli. Ah, da rennt einer. Achso, die sind auf dem Dach. Na, ich hol' gerade die Helis weg. Ja, mal mit der Panzerfaust begrüßen. Lebe! Wo ist der Kampf hier, die? Ist es ein Medic? Oh, das ist ein Medic. Oh, sie haben unsere Bombe auch gesiegt. Ich glaube, ich werde angehigelt. Ach, nein, noch nicht. Und dann falle ich vom Dach. Na, scheiße, blieb einmal runter. Deckst du mich, deckst du mich, ach komm. Der Rocks und der Camp mal wieder. Ja, um es kurz zu Ende zu erklären, ich bin über Harald Frenkel auf dich gekommen. Ah, über den Frenkel. Über die Messeraktionen ständig. Müsst du nicht mit Schnitte stehen. Schnell die Gelegenheit. So. Rock, trotz. Ja, ich hab' verfehlt. Oder, oder, oder? Nein, es ist... Vielleicht holt er dich an. Ich kann nicht reparieren. Kann er irgendwer reparieren, ob er mit schon? Ja, ich... Ich? Aber Aldi, der ist gleich weg. Okay, Aldi. Ah, es ist er weg. Aldi. Ja, Red ist super. Ich steig gleich mal ein. Wieder läuft gleich. Komm, haben wir die Station schon wieder verloren. Deck ein. Die kommen beim Panzerpassung. Alter, der Typ fliegt ein bisschen komisch. Aua, 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 aua. Oh, jetzt. Okay, jetzt ist das... Okay, ich werd rausgeschossen. Ich glaube, wahrscheinlich... Kommen ganz schön viele jetzt. Ach, komm. Ja. Jetzt hat er mich. Und sie sich... Jetzt haben sie wieder ihren Hegi. Also, ich bin in unserem drin, aber gleich nicht mehr. Ja, der gegnerische Panzer hier will mit mir in Zweikampf. So, gehen wir mal... Jetzt also im Gegner da rein. Naja, über den Harald. Das ist ja auch... Scheiße. Hab' ich mir auch nie gedacht, dass ich mit dem mal zusammenarbeite. Aber es wird... Oh, oh, die haben wir uns ein Hegi. So entwickeln sich halt Dinge. Ja. Gut, gut, gut. Ja, die haben wir uns ein Hegi. So. Soll jetzt auch ein bisschen kämpfen. Entschuldigung. Oh, dort kannst du mal kurz durch. Okay, passt. Wollt jetzt hier bewachen. Was ist denn? Oh, da ist der Lili. Ich kann den eher wunderschönen. So. Okay. Das ist der andere Heli. Ja. Scheiße, das ist irgendwo eine RPG. Die wäre jetzt gut angebrückt. Ja, ich hab... Ich bin in der Nähe. Ich hab Probleme mit den Dinger zu treffen. Fuck, ey. Da kommt gleich ein... Haben wir oder so ein... Nein, ein Panzer. So, zeigt euch. Okay, da sind ganz viele Fallschirme. Da ist ein Heli. Ah, unser Heli ist down. Gegenwasche Panzer kommt rein. Ja. So, komm. Ähm, oder lässt sich Zeit. Ja, die haben ja genug Tickets. Alter, der Heli hat mich gesehen. Muss er. Der schwebt über dem Eingang. Und... Ach, der... Wenn der BG ist durch den Heli durchgegangen. Ich hab ihn eigentlich getroffen. Wenn wir ein bisschen zurückgehen, ich kann bei euch nicht joinen. Das ist ein bisschen doof. Ja, ähm... Ich versuche eine Barkerlisse geposit... Na auch. Super, danke. Da ist schon jemand... Shit, Feier A. Ja. Hinter den Felsen. Oben am Eingang. Hast du ihn? In den Tunnel zurecht. Nein, da ist... Ah! Zu spät gesehen. Warum kämmt die am Eingang in den Tunnel oben drauf? Ah, jetzt hat er beide. Achtung, geht zur Bombe. Achtung, Bombe. Ach, schützt immer die Bombe. Ich... Okay, jetzt würde ich... Ich versuche Tickets. Hast du ihn? Zu minimieren. Hab ihn. Ah, super. Der Heli ist abgestürzt und explodiert. Sehr schön. Gut, ich gehe jetzt mal rechts rum rein, durch die Gänge. Versuche mal ein bisschen zu... mich vercampen. Haben wir eigentlich Autos? Ja, ein Ding, ein Basu kammer irgendwo. Panzerfahrer fahren wir bis vor. War so viel jetzt, direkt links ist, dann haben wir. Ah, das... Da bin ich schon ausgestiegen, okay. Na, da kommt jetzt wieder keiner. Jetzt laufe ich vor, dann laufe ich wahrscheinlich genau. Die Gegner in die Arme. Ich kenne das doch. Hier geht noch ein Panzer bekommen. Der fährt los. Achtung, da sitzt Bombe. Oh nö, nicht der. Ja genau, ich treffe mich rum und da kommt wieder ein Gegner. So, das ist so klar. Ja, wobei der Ziviertürf? Ja, ich hab ihn. Ah, ist so. Und langsam fühlt sich hier, dass er wird. Da kommen gegnerische Tank rein. Achtung, bei A sind gleich wieder welche. Och, Mann. Und so was anderes. So. Komm, jetzt müssen wir uns aber einfach ein bisschen schlagen. Spitzen, das war uns. Nehmen, ihr seid viel zu weit vorne. Man kann alles nachdrücken, aber ich nicht spornen. Ja, das, das mussten wir halt hinten spornen. Und der Tank kommt rein. Ja. Der Tank beschützt A und bei A sind. Ja, Hansa sieht mich wieder genau an. Ach komm, der Rock wieder. Ach, ich kann nicht mit dem EOD mal. Ach nee, ich hab wohl. Ich wär fast beim Tank gewesen mit C4. Ah, jetzt ist... Ich hab ihn kampfunfähig gern. Achtung, da rennt der Rock rum. Das ist B auch wieder. Ja, wir müssen das... Man, warum können wir jetzt nicht ab und eins beschützen? Ja, ich habe einen erwischt. Oh ja, wieder Kalito oder irgendwo. Keine Ahnung. Ah, es legt schon wieder einer. Man kann nicht mal aufstellen. Ja, und es ist Gregs. Der Decke ist 62. Ja, das gibt's doch nicht, ey. Ich hab noch einen. Ach du, es sind noch welche drin wieder. Okay, die campen jetzt alle. Müssen irgendwie rein, ey. Ja, ein Panzer. Der und Wett. Ich schritte mal ein bisschen an. Warum hat hier ein Hedi versucht reinzufliegen? Achtung, Panzer von vorne. Schau nach vorne, bitte. Ja, ja. Alter, er trifft. Verletzt mich auch gleich nochmal. Ah, das ist der Bomb. Oh, ja. Er sieht mich durch den Rauch. Ha. Also, das glaube ich ihm jetzt irgendwie nicht. Danke für den Repair. Achtung, haben wir jetzt rechts rum bei euch. Okay. Da hast du ordentlich eine reingekommen gerade. Ich kann mich immer noch links mein Relativ drauf holen. Oh, verdammt, okay. Rückzug. Ach man, jetzt kommen wir ja wieder nirgends so durch, ey. Okay, das war's. Ja. Der Panzer kommt zu uns. Achtung, serviert ihr bitte euch. Ach, jetzt komme ich da wieder nicht raus, ey. Oh. Ah, jetzt haben wir hier, okay. Ah, ich muss auch sagen, Rush, äh, spiele ich am seltenen. Ach, da liegt wieder einer. In der Erde, das ist jeder. Police and Conquest, oder so. Ne, ich bin relativ viel Rush. Weil das ja auch Fabian-Sieblings-Modus ist. Und ich bin eben doch auch ein bisschen im Zock. Sondern ich gebe am meisten Rush. Ah, okay, da ist eine bei B hier. Dann passt auf, äh, der Panzer fährt auf die Seite. Ach komm, ich bin wieder tot, ey. Die kommen alle bei der Mauer. Alle im 16-Spieler, ich weiß nicht. Ich mag die Waffe nicht. So, nehmen wir an, wenn wir den PS. Wo das PD, PDWR-Spiel, ey. Aua, aua, aua. Alter, wie kann ich das da treffen? Schießen wir denn die? Ja. Bucketschuss mit, äh, M320. Oh, Terra. Ach Gott. Das ist jetzt aber echt Läng. Ja, wir sind ein bisschen unterlegen. Hehehe. Hehehe. Wache läßt. Aber egal. So. Ist Thinball los an? Ja, Thinball los ist an. Die kann man auch... Die haben auch vier mehr? Wir müssen dann gleich wieder loslegen. Ja, Auto-Balance startet in 15 Sekunden. Ach, da fällt er mir bitte ein Fall, der war auf den Kopf. Ach, komm, hinter mir ist auch noch einer, ey. So, jetzt ist die Autobalanz durch. Heute ist ja Doppel-XP. Genau, so jetzt sind die Teams ausgeglichen. Ah, tatsächlich, okay. Wir haben nur einen Punkt, also eine Stellung, wir verteidigen müssen. Können. Müssen wir langsam ein bisschen ranhalten. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt. Ach, das war schon die letzte? Okay. Na gut, das war's für diese Runde, wir sehen uns nächste Runde wieder. Ciao!